So, was hat er gesagt? Er will nicht aufhören. So schnell konnte ich jetzt gar nicht lesen. Äh, Messer? Nehmen wir mit. So. Hi. Die Tochter. Es kann ja nur die Tochter sein, ja. Stimmt. Die müssen wir gleich noch anrufen, ne? Heißt, wir machen jetzt folgendes. Wir legen unsere Frau schlafen. So. Klingt falsch. Schatzi, geh mal schlafen. So. Äh. Ja. So. Hast du Durst? Dann gehst du nach Frau Wurst. Oh, ja. Danke. Ich war bereit, etwas zu holen. Stimmt. Über den... Über das Telefon. Vom angeblichen Polizisten anrufen hatten wir ja noch gar nicht, während der hier liegt, ne? Die Tochter anrufen. Weil sie geht ja auch einmal ran. Oder? Hatten wir ja, glaube ich, einmal bisher. Das probieren wir gleich mal aus. Okay. Machen wir. Ich klär das hier so lange auf. Ist gar kein Problem. Ich mach Licht aus und dann... So. Warten wir. Jetzt warten wir. Ist sie dann schon im Kino? Ist das so? Also. Oder können wir sie noch erreichen dann? Wäre jetzt so die Frage. Huh? Komm, ich weiß, du bist hier. Open die Tür. Komm, ich weiß, du bist hier. Komm, ich weiß, du bist hier. Nein. Hallo? Polizei! Komm schon raus! Wie sich das immer anhört! Also, auf ein neues! Also, geh mal her! Fesseln! Done! Er wird jetzt wach, ne? Das Foto? Willst du das Foto mal holen? Beeil mich! Wir haben nicht viel Zeit! Zwölf Minuten! Ach man, mach doch offen! Zwölf Minuten können ganz schön lang sein! Nicht sannen! Ja! Ne, erstmal Foto zeigen! Nein, erstmal anrufen! Seine Tochter! Was ist das für ein Blödsinn! Was ist das für ein Blödsinn? Als ob wir dann ohnmächtig werden, wenn er uns da einmal tritt! Eigentlich vollkommener Quatsch! Ja, das mit der Tochter funktioniert ja nicht so gut! Das stimmt! Die ist dann im Kino! Ja! Das, ähm... Aber wenn wir ihn losmachen, bringt er uns um! Das wird genauso sein! Weil wenn er uns schon mit einem Tritt quasi umhaut... Dann wird er uns wahrscheinlich auch umhauen, wenn... Ach, nimm doch die Tabletten mit! Mann! Nachdem wir ihm das Foto gezeigt haben... Jaaa... Schauen wir mal! Können wir probieren! Und? Ja! Danke! Ich war bereit, was zu holen! Okay! So! Dann gehen wir mal den Schalter benutzen! Okay! So! Ah, das Foto! Das Foto hätten wir erstmal holen sollen! Jetzt, wir warten! Wir hängen auch gerade ein bisschen, ne? Ja! In der Kommode ist das... Der Strampleranzug drin! Im Geschenk... Also mit dem Geschenk! Damit könnten wir sie überzeugen! Am Anfang des Spiels haben wir das gemacht! Dass wir im Timeloop hängen! Dass wir das wissen! Oder... Damit konnten wir sie überzeugen! Hallo! Polizei! Aber da ist ja sonst glaube ich nichts drin gewesen! Der hat Handschuhe an! Wird der trotzdem einen Schlag kriegen? In echt? Warte! Dann schreck ich mich! Dass wir das nochmal hören und sehen ist halt fantastisch! So! Einen Moment bitte! So! Dann das hier! Dann... Gehts weiter! Wir... Machen... Also wir holen das Foto jetzt! Das war das Erste! So! Ich geh am Kühlschrank! Und... So! Dann gehen wir zu ihm! Er ist wach! Was? Hör! Schau! Sie... 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 Ja! Ich kann es beweisen! Sie ist innozentig! Gott! Ich kann es beweisen! Hier ist ein Foto! Schau! Sie ist innozentig! Sie hat das gemacht! Lass mich gehen! Oh! Oh! You little shit! She's made the biggest mistake of your life! Look at the picture! Again with this? My wife is innocent! She took this! Shut the fuck up! Release me right now! Ist so... Er reagiert gar nicht darauf! Er reagiert null auf das Foto, wenn wir ihn nicht abgestochen haben! Null! Ich mach ihn jetzt mal los, aber... Ich mach ihn jetzt mal los, aber... Ich mach ihn jetzt mal los, aber... Oh! Ich hab's mal probiert! Ja, so kommen wir nicht weiter! Ja, klar! Natürlich! Ich würd gern einen Tipp annehmen! Und wir sind zurück! Ja, von uns! Oder von ihr! Das Handy, glaub ich! Das, glaub ich, ihr Handy! Ich hab's nicht gehört, wie du in kommst! Besten Nacht! Guck mal, wer ein Dessert macht! Lass mich wissen, wenn du in der Mood! Ja, ich will! Hier musst du vielleicht die Tochter anrufen und sagen, dass der Vater... euch verhaften will! Das haben wir schon gesagt! Das klappte nicht! Achso, wenn der gleich da ist, oder was? Wenn wir den gefesselt haben... Das haben wir noch nicht ausprobiert, ne? Aber geht ja nicht! Sie geht ja nicht, äh... Wenn er da ist, ist sie ja im Kino! Das funktioniert ja nicht! ... Welcher unserer Funk... Frau das Foto zeigen? Oder wem? Aber da muss ich aber... Moment. Da muss ich aber... Ich muss aber... Moment. Da muss ich aber vorher mit unserer Frau reden, damit sie weiß, was jetzt Phase ist. Weil wenn ich jetzt mit der Tochter telefoniere und ich ihr das Bild dann zeige, weiß sie überhaupt nicht, worum es geht. Weil sie jetzt total verwirrt dann... Hä? Was will du von mir? Wir können ja mit unserer Frau jetzt darüber reden, was... Also worum wir verstecken. Sie glaubt uns ja dann mit dem Time-Loop und so. Und dass wir verstecken alle zwölf Minuten. Und dass wir auch wissen, was mit dem Vater passiert ist. Wir sollten mit dem vorher reden dann, oder? Weil sonst macht die direkt dicht und sagt, mit wem hast du gesprochen? Oder so. Das macht ja sonst gar keinen Sinn. Okay, dann probieren wir das mal. Dann sollten wir uns mal ein bisschen beeilen. Sonst gibt die Zeit uns flöten. So, warte. Du, 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 du. Ja, ja. So, Tochter anrufen. So, und jetzt? Es geht ja nicht. Beides, was ich auswähle. Achso, das hatten wir ja noch nicht. Ah, okay. Ach, krass. Dann haben wir einen neuen Dialog freigeschaltet. Achso, achso. Ah. Äh. Achso. Foto. Foto, 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 Foto. Foto. Und dann ihr das Foto zeigen. Oder nicht? Ja. Die Frage ist jetzt, welche Reihenfolge? Erst quatschen? Achso. Oh. Achso. Achso. Ich weiß, wie dein Vater stirbt. Wie er wirklich stirbt. Ich weiß nicht, was du denkst. Aber du besser. Es war Weihnachtstag. Er hat dich rausgezogen. Er hat dich zerbrochen. Wie... Wie kann du... Ich kann, richtig? Du sagst mir in einem vorherigen Weg. Ich... Was? Look, I'm on your side. On my side? On your side. Look, I couldn't... I didn't know, how to tell you. So, jetzt Foto. You didn't kill him. What? When you shot him, he survived. Somebody else killed him, after you ran away. Somebody else? Look. The data on the Polaroid, it proves you weren't there. But that means... Okay, you ready? There's more. The man is about to ring the doorbell and accuse you of murder. What? He was close to your father. And when your dad died, it really messed him up. Okay, okay. I'll be ready. I need to sit down. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Sollen wir die Uhr holen? This is too much. And some cop guy is coming? Okay. We'll tell him the truth. Wahrheit sagen. Okay. He'll listen, right? He has to. Er wird bestimmt zuhören. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ganzes Leben. Acht Jahre bedacht. Eight years, I thought. Soll ich ihr die Uhr geben? Oh, Telefon? Ah. Jetzt wird er angerufen. Who killed ihn? What? If I'd known he was alive, I could have done something. Honey? I could have stopped it. I guess. I mean... The good news? That's it. That's the secret. That's the skeleton. And now that you know it, I mean... Oh, okay. I'll listen to him, but honey. We can start fresh. Clean slate. Er wird auf jeden Fall zuhören. Hat er jetzt gesagt. Und seiner Tochter versprochen. Alright. Open up. Ich mach offen, ne? Oder macht sie das? Achso. Sie macht die Tür offen. Okay. Is... Is that him? Will ich mit ihm über die Vergangenheit reden? Nee. Will ich mit ihm über die Vergangenheit reden? Will ich mit ihm über die Vergangenheit reden? Will ich mit dem Kindermädchen fragen? Andere Themen? Wir sagen, es ist ein gutes Zeitpunkt für Dessert ist. Nein. Let's talk. Is... Is that him? What do we do? Come on. Do we open the door? Let's talk. Ja. Wir müssen ihm die Wahrheit erzählen. Okay. We'll tell him the truth. You think you're funny? Calling my family? What? What are you talking about? No more... Hey, listen. Whoa, whoa. I didn't do anything. Sure you didn't. Oh shit. Shut up and don't move. Wait, wait, wait. I'll deal with you in a minute. Anyway. No more gangs. Hands behind your back. Now! Wait. Stop. I have something you need to see. Definitiv. Irgendwas haben wir falsch gemacht. I didn't kill my father. I have proof. Sure you do. Look at this picture. Look at the date. New Year's Eve. The day my dad died. This coffee shop is around the corner. I couldn't have killed him. I can't be in two places at once. Congratulations. You faked a photograph. How do you fake a Polaroid? Listen. I know my father was important to you. I miss him too. But I... I always thought... You weren't there. I wasn't there. But then? I don't know. But it wasn't me. I'm sorry. I really am. My daughter, she... She's all I care about. She's dying. Can't. And the insurance warrant. I can't pay for the treatment. That watch though. It could cover it all. God, if... Sollen wir ihm die Uhr geben? Oder ändert das wieder irgendwie was? Weil er braucht ja das Geld für die Tochter, ne? Ich warte erstmal ab. Nein, warte. Nimm die Uhr mit. Sir? Geh nicht. Die Uhr ist weg. Ja. I'm pretty good at finding people. Obviously. I'll find out who killed your father. Thank you. Actually, there's one thing that might help. What? When I found him, he lost a lot of blood. I tried to stop the bleeding, but... Anyway, he was saying something. What was he saying? Just the word monster. Over and over. I always wondered what it meant. It's my brother. Oh my God. You have a brother. My mom was right. She was right all along. When my father and my nanny were having their affair, there was a baby. A boy. A baby? I knew about the affair, but he never mentioned a child. My mother hated him for it. Hated the kid too. Always yelling at my dad about the monster. That's him. I didn't know. I'm sorry, but I'll find him. For you and for him. Thank you. Wow. So what happens now? Is it over? I think it is. Yeah. Now we can go find your brother and move forward. Yeah. 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 Wow. I never thought I'd be able to tell anyone what happened. I thought I'd have to hold that forever. But you listened. And you're still here. I told you. I'm not going anywhere. Man. I really, really love you. Really. 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 I really love you. You. You too. But. I don't know. I just don't know. And now? I don't know.